Hallo liebe Leute, wie geht es euch? Mir geht es ganz, ganz gut, da ich Apples AirPods Max für euch getestet habe. Ich habe herausgefunden, dass die AirPods Max langfristig zu sehen die beste Preisleistung hat im Vergleich zu AirPods und AirPods Pro. Und warum sage ich das? Bin ich zu dumm oder was? Schaut bis zum Ende des Videos und findet das selber heraus. In Bezug auf das Aussehen habe ich persönlich kein Gefühl dazu. Also ich hasse das nicht, aber ich mag das auch nicht besonders. Es gibt insgesamt 5 Farben. Ich habe im AirPods Max ein Rosé bestellt, nicht darum, dass ich diese Farbe besonders mag, sondern darum, dass die Rosé am schnellsten geliefert werden kann, als ich es bestellte. Kurz zu der Farbe Rosé. Als ich mich zum ersten Mal mit diesem Kaupere sah, ich fühle mich ein bisschen schüchtern, wenn ich mich jetzt so sehe. Aber ja, ich finde das auch irgendwie süß. Sieht das okay aus? Sieht furchtbar aus. An dem nächsten Tag habe ich mich komplett schwarz angezogen. Ich finde, dann hat die Rosé bei mir plötzlich angenehmer und süßer ausgesehen. Kurze Anmerkung. Rosé kann auch schön und cool sein bei den Jungs, aber man muss schon ein bisschen Erfahrung haben mit der Farbenkombination. Sonst könnte das auch sehr, sehr lächelig rüberkommen. Zu dem Material. Es fühlt sich wirklich, wirklich sehr, sehr hochwertig an. Das Berührungsgefühl ist hochwertig, erinnert mich an die Rückseite vom iPad, sowie das Berührungsgefühl vom MacBook. Und der Bügel ist auch aus Aluminium und unmantelt mit Silikum. Von daher fühlt es sich auch sehr, sehr angenehm an. Weiter zur Hülle, die dazu gehört. Hassig. Ich finde, das ist einfach nicht so schön, einfach zu kompliziert. Und die Hülle wiegt übrigens 135 Gramm. Also nur als Info, das ist so schwer wie ein iPhone 12 Mini. Außerdem darf man die Hülle nicht verloren gegangen werden, da die Hülle die Funktion wie Power-Taster leistet. Apple hat quasi das gleiche Prinzip von AirPods und AirPods Pro auf dem AirPods Max kopiert. Wenn dein AirPods Max außerhalb der Hülle liegt, dann ist dein Kopfhörer automatisch an. Aber ich sehe hier ein Bug. Meiner Meinung nach sind die Hüllen für grüßen Kopfhörer eher für unterwegs gedacht. Zu Hause würde ich nie meinen Kopfhörer in eine Hülle einpacken. Ich würde es einfach auf den Tisch stellen oder auf den Regal stellen, als eine super schöne technische Deko. Ja, ich weiß, die Technik ist toll, aber für mich als Verbraucher ist der Tag-Komfort super super wichtig. 385 Gramm ist der Kopfhörer schwer. Leicht ist es wirklich nicht. Außerdem muss ich super vorsichtig sein bei Tragen. Ich habe ein bisschen Gefühl, diese AirPods Pro Max ruhe da ein bisschen nach unten. Vielleicht ist das nicht so fest bei mir. Genau richtig, das ist leider nicht so fest bei mir. Bin ich jetzt ein bisschen überrascht, dass das nicht so fest hält an meinen Ohren. Kann sein, dass mein Kopf einfach komisch ist. Ich habe einfach keinen Zielgruppe-Kop gewachsen lassen. Aber ich vermute mal, das ist schon ein Problem bei allen solchen Kopfhörern. Sonst würden die DJs nicht immer ihren Kopfhörer fixieren mit ihrer Hand. Apple hat die AirPods Max auch nicht als Kopfhörer für Sport geworben. Von daher kann ich wirklich nichts meckern. Für mich persönlich ist nach einer Stunde Nutzung schon ganz, ganz mühsam geworden. Man kann zwar sich mit der Zeit langsam daran gewöhnen, aber für mich persönlich ist der Tag-Komfort nicht so überzeugend. Die Bedienung ist zwar einfach, aber es ist manchmal zu einfach, dass es dann wiederum kompliziert wird. Wie zum Beispiel Pairing. Wenn ihr AirPods Max schon draußen gelegt habt für eine kurze Weile und dann kann es sein, dass das Gerät dieses AirPods Max nicht erkennt, dafür müsst ihr wieder AirPods Max in die Tasche reinstecken und wieder rausnehmen und dann wird das Smartphone diesen Kopfhörer wieder erkannt. Wer sollte das wissen, dass es so eine Power-Taste gibt in der Hülle? Außerdem bei Pairing muss das Gerät, das mit dem AirPods Max verbunden ist, auf iOS 14.3 abgegradet sei. Sonst lassen sich die AirPods Max nicht einstellen. Aber einmal der AirPods Max mit dem Gerät verbunden ist, unter dem dein Name steht, würdest du AirPods Max auch bei den anderen deiner Apple-Devices finden. Und es lässt sich auch sehr einfach verbinden, auch wenn es sich um eine ältere Software-Version handelt. Auf dem Papier werden nur die Bluetooth 5.0-Gerät unterstützt. Ein ganz einfaches Beispiel, mein iPad Mini 2, das nur Bluetooth 4.0 unterstützt, wird nicht unterstützt und es lässt sich auch nicht mit dem AirPods Max verbinden. Oben an der Rechnunghöhe befinden sich noch zwei Tasten. Eine ist für schnelle Geräuschkontrolle zwischen Rauschreduzierung und Transparent-Modus. Die andere ist in Form einer Krone, was mir sehr gut gefallen hat, weil man durchs Drehen die Lautstärke sehr frei regulieren kann. Die Krone zu drücken, funktioniert alles dann wie bei anderen AirPods. Durch ein-, zwei-, oder dreimal drücken kann man die Musik pausieren, nach nächsten oder vorletzten Titel springen und gedrückt halten, ist für Siri. Das Hörgefühl Für mich als ein AirPods Pro Nutzer ist es sehr gut. Realtechnisch höre ich tatsächlich was Neues, was anderes und was für mich super frisch ist. Aber wie gesagt, ich gehöre schon immer nicht zur Zielgruppe von Overair Kopfhörern. Aber liebe Leute, ich möchte euch wirklich, wirklich sehr, sehr gerne helfen bei der Audioqualität. Deswegen habe ich noch einen Freund testen lassen, der mehr Ahnung hat in diesem Bereich. Und das ist Karl und er hat einen halben Tag damit beschäftigt. Und das ist seine Anmerkung. Der Klang an und für sich ist sehr gut. Besse, Höhen, Tiefen, es gibt nicht zu meckern, bei leisten Lautstärken auch komplett aufgedreht. Kopfhörer bleiben klar und ich habe niemals das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas am Equalizer was verändern muss. Also klanglich sind das so, gehören die schon wirklich in die Oberklasse. Klanglich brauchen sich die Kopfhörer jetzt nicht vor Behringer oder aber Schuhe verstecken, keineswegs. Kann man wirklich so sagen, sind sehr gut. Und was mir besonders aufgefallen ist und zwar, dass wirklich der räumliche Klang wirklich sehr gut ist. Also man hat nicht das Gefühl, dass man im Konzertsaal sitzt, aber es wird schon sehr leicht vermittelt und das ist schon wirklich für diese kleinen Kopfhörer wirklich ausgezeichnet. Also das kennt man normalerweise eher so von Highend Kopfhörern. Und das hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass es tatsächlich wirklich so gut rüberkommt. Airpods Max hat angeblich eine Akkulaufzeit von 20 Stunden. Nach meinem kurzen Text hat das gestimmt. Eine Stunde Musik hören verbraucht 5% Akku. Power-Taste sehe ich immer als das Probieren von Airpods Max. Nach meinem kurzen Text 8 Stunden Ruhestand außerhalb von der Hülle ist 5% Akku verbraucht. Um so zu rechnen, kann es bis zu 15% Akku verbraucht werden, falls man es den ganzen Tag außerhalb von dem Smart Case liegen lassen. Viele finden Airpods Max teuer, ich eigentlich am Anfang auch. Aber für die, die die Entscheidung zwischen Airpods, Airpods Pro und Airpods Max treffen, ist Airpods Max langfristig zu sehen eigentlich am preis-leistungsfähigsten. Erstens das Material. Airpods Max sind aus Aluminium. Was für eine langfristige Nutzung gebaut ist. Airpods und Airpods Pro sind nur aus Plastik. Zweitens der Austausch des Akkus ist nicht zu übersehen, wenn man einen Kopfhörer sehr sehr langfristig benutzen will. Liebe Leute, lasst euch von einem schnellsten Berechnung helfen. Bei dem Akkutausch werden bei den Airpods Max 83 Euro berechnet, aber bei Airpods und Airpods Pro muss man zwei mal 53 Euro ausgeben für die beiden Kopfhörer und dazu noch 53 Euro für das Ladecase. Das wäre insgesamt 160 Euro, was fast so viel ist wie neue Airpods Pro. Und das hat normalerweise dazu geführt, dass man gar keinen Akku mehr tauscht, sondern direkt ein paar neue Airpods oder Airpods Pro kauft. Wodurch noch viel mehr Kosten entstehen. Nach meinem kompletten Akkuaustausch sind die Kosten für Airpods und Airpods Pro enorm erhöht. Nach dreimal Akkuaustausch sind die Kosten schon sehr sehr nah. Was nicht zu übersehen ist, dass die Batterien von Airpods und Airpods Pro relativ viel kleiner sind und sie sterben in der realen Nutzung auch viel viel leichter als Airpods Max. So würden die Ausgaben in der realen Nutzung aussehen. Auf dem Secondhand Market werden die Airpods Max auch beliebter sein als Airpods und Airpods Pro wegen seinem relativ niedrigeren Preis für den Akkuaustausch sowie den wechselbaren Allpods-Term. Ich kann es schon sehen, dass man nach vielen Jahren noch seine Airpods Max mit relativ gutem Preis verkaufen kann. Aus einer langfristigen Sicht kann ich diesen Kopfhörer Ahren empfehlen, die sich in Apple-Ökosystems befinden, die gute Audioqualität haben wollen. Nur meiner Meinung nach. Die Airpods Max sind wirklich eine Hassliebe. Die Audioqualität, besonders der automatische EQ mit der Hilfe des HI-Chips ist sehr sehr top. Die Rauschreduzierung ist auch top. Die leichte Bedienung mit den Apple-Geräten ist auch top. Aber gleichzeitig hasse ich so viel von Airpods Max. Er ist zu schwer, um unter dem Namen Air zu stemmen. Und er hat keinen Ausschatter und ich fühle mich sehr gezwungen, das hässliche Smartcase zu benutzen. Übrigens, das Smartcase kann ihn auch nicht so vorständig schützen. Das war's für das Video, liebe Leute. Danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Wäre sehr sehr toll, wenn das Video euch bei der Kaufentscheidung geholfen hätte. Wenn ja, würde ich mich sehr sehr freuen über euren Daumen hoch und subscribe. Bei Fragen bitte einfach kommentieren. Und das war's für heute und freue Weihnachten, liebe Leute, bis zum nächsten Video. So. Sieht das okay aus? Sieht furchtbar aus. Das sieht furchtbar aus. Okay. Aber wenn das sicher ist, dann ist das okay. Oh nein. Bye.